Hallo, mein Name ist Niviana Hess und ich möchte heute mit euch über das Thema Traumata sprechen, Traumata aus schamanischer Sicht. Freut mich, dass du dabei bist und ich hoffe sehr, dass ich dir mit diesem Video hilfreiche Informationen geben kann. Was ist Traumata aus schamanischer Sicht? Wir erleben verschiedene Situationen im Leben. Manche Situationen sind unscheun, andere Situationen sind sehr belastend und andere Situationen sind so schwer belastend für uns, dass es daraus ein Trauma entsteht. Es sind Traumatisierungen, traumatische Erlebnisse, die wir in unserem Leben erlebt haben. Was kann ich mir so unter einem Trauma und ein traumatisches Erlebnis vorstellen? Das sind hochbelastende Erlebnisse, die eine große Intensität haben, also emotionelle Intensität, die dich nach dem Ereignis jahrelang immer wieder belastend. Also das sind unverarbeitete, schwierige Situationen, die dann aus Speicherungen in deinem Energiefeld vorhanden sind. Traumatische Erlebnisse kann man fast überall erleben, wenn das Schicksal so will. Was ist ein traumatisches Erlebnis? Was kann ich mir darunter vorstellen? Das sind immer Erlebnisse, die sehr schwerwiegend sind, die mit sehr vielen negativen Emotionen verbunden sind. Erlebnisse, in denen massive Angst, sogar Panik entsteht. Erlebnisse, in denen wir um unser Leben bedroht fühlen. Diese Erlebnisse können fast überall passieren. Das kann ein Unfall sein, das kann ein Verkehrsunfall sein, das kann eine Gewalttat sein, das kann eine massive Bedrohung, Einschüchterung sein. Das kann durch Missbrauch kommen, durch Gewalttaten, durch Vergewaltigungen. Also immer wenn jemand etwas erlebt, das einen schockiert, in der Schockstarre versetzt, gehen wir davon aus, dass es auch ein Traumata ist. Ich möchte euch heute ein bisschen erklären, was Traumata aus schamanischer Sicht bedeutet. Ich beziehe mich rein auf die Energien, auf die Seele, auf das schamanische Wissen. Also, was passiert bei Traumata? Wir fühlen uns bedroht. Wir sind in einer Situation ausgesetzt, die für uns bedrohlich oder sogar lebensbedrohlich ist. Daraus entwickelt sich massive Angst, sogar Panik. Das kann im Schock und Schreck enden, beziehungsweise mit Schreck fängt es an und endet mit dem Schock. Also man kann in eine Schockstarre reinkommen. Das bedeutet, dass die Energien eingefroren sind. Also bei einem traumatisierenden Erlebnis werden die Energien gefangen und festgefroren. Das führt dazu, dass viele Menschen, die im Traumata sind, fühlen sich wie versteinert, wie gelähmt, wie eingefroren. Weil diese Energie, die werden durch diese Negativität, durch diese negative Belastung, werden die Energien eingefroren. Das bedeutet auch, die Lebenskraft wird eingefroren. Die Lebenskraft von der Person, die diese Traumata erlebt. Es ist für die Person eine untragbare Belastung. Es sind auf ganz kurzer Zeit ganz viele Energien, also mächtige und viele Energien, die im kürzesten Zeitraum freigesetzt werden. Und wenn es zum Schock und Traumata kommt, dann ziehen sich diese Energien zusammen. Die werden eingefroren, zusammengezogen. Menschen, die in traumatischen Situationen stecken oder erlebt haben, die fühlen eine große Lebensbedrohung. Die fühlen sich bedroht. Die empfinden diese Situation als gefährlich. Und dies in den meisten Fällen ist tatsächlich eine lebensgefährliche Situation. Dadurch wird das Seelenanteil stark belastet, also die Seele wird durch diese enorme Negativität, diese negative Energie, diese negative Gefühle, Gedanken, von dieser Übermass an Energien, fühlt sich die Seele massiv bedroht. Und dadurch wird die Seele stark belastet, also die Seele ist eine starke Belastung ausgesetzt. Die Seele, also die ganzen Schutzmechanismen sind total aktiviert. Und die Seele sendet die Botschaft, Achtung, Lebensgefahr, Achtung, große Gefahr. Die Seele will einen schützen. Manchmal, wenn wir Schocksituationen, Traumata-Situationen erleben, manchmal fühlen wir das im Voraus, weil die Seele warnt uns. Die gibt ein Stoppschild und die sagt, Achtung, jetzt wird richtig gefährlich. Das ist der Moment kurz davor, bevor es etwas passiert, was traumatisiert. Also kurz vor einem Unfall zum Beispiel, hat man das Gefühl, also diese Warnung von der Seele kommt, oh, das wird jetzt nicht gut gehen und bumms, paar Sekunden später knallt es. Das ist die Vorwarnung. Also die Seele weiß das im Voraus und die will dich warnen, indem sie dir diese Botschaft sendet. Manchmal aber auch passieren traumatisierende Erlebnisse einfach so aus dem heiteren Himmel plötzlich, wo man damit überhaupt nicht rechnet, wo dann überhaupt keine Vorwarnung da ist. Zum Beispiel, ich habe im Fernseher gesehen, zum Beispiel Menschen sitzen in ihrem Wohnzimmer und die gucken Fernseher und der LKW ist ausgerutscht und ins Wohnzimmer reingefahren. So einen Vorfall gab es im Fernseher vor ein paar Jahren. Das heisst, ich gehe davon aus, dass diese Menschen absolut ahnungslos waren. Warum? Weil sie in ihrem sicheren Raum sitzen, in ihrem Wohnzimmer, weil es ist tatsächlich keine Gefahr, dass ein Auto ins Wohnzimmer reinknallt und reinkommt. Das ist einfach ausgeschlossen. Und solche Menschen werden dann wahrscheinlich nicht von ihrem System gewarnt. Und dann kommt diese Traumatisierung einfach plötzlich, ohne Vorwarnung. Ich muss hier noch eine Ergänzung dazu geben. Wenn diese Menschen hochsensibel sind, wenn diese Menschen gute Intuition haben, dann haben sie kurz vor dem Vorfall auch das Gefühl, wow, etwas stimmt nicht, jetzt passiert etwas, also etwas ist nicht in Ordnung. Also diese Botschaft, die ist in dem Raum drin, bevor der Unfall passiert. Diese Botschaft, die sind in den Energien drin. Es hängt davon ab, kann die Person diese Botschaft wahrnehmen und verstehen. Also ist die Person sensitiv, hat sie freie Kanäle nach oben, funktioniert die Kommunikation mit der eigenen Seele gut oder nicht. Das ist der Unterschied bei Menschen, die spirituell entwickelt sind, die freie Kanäle haben, die kriegen das aus ein stumpfer Gefühl. Die fühlen, oh, etwas ist nicht in Ordnung, etwas ist ganz komisch, da kommt etwas. Etwas bannt sich an. Und Menschen, die nicht so entwickelt, spirituell entwickelt sind, meine ich, die ihre Kanäle nicht so frei haben, die spüren gar nicht und bumms, auf einmal steht das LKW im Wohnzimmer. Und es gibt wiederum andere Menschen, die hellsichtige Fähigkeiten haben, wenn sie so ein blödes, eigenartiges, komisches Gefühl haben, etwas ist nicht in Ordnung, etwas liegt in der Luft, es passiert etwas. Manche Menschen können das sogar voraussehen, was ist passiert. Aber das ist wirklich ein ganz schmaler Anteil von den Menschen, die das können. Wie auch immer, also ich wollte damit sagen, dass bei vielen Traumatisierungen auch die Plötzlichkeit eine starke Rolle spielt, weil da passiert plötzlich etwas, was unvorhersehbar war, womit man nicht gerechnet hat, was einfach nicht dazu gehört. Bei der Plötzlichkeit ist dann aber auch die Gefahr, dass diese Plötzlichkeit sich aus einem Muster etablieren kann. Weil das ist, die Person ist nicht darauf vorbereitet. Also immer wenn die Ereignisse plötzlich passieren, ist die Belastung auch etwas mehr, schwieriger, weil das eigene System könnte sich nicht darauf vorbereiten. Denn es war nicht vorbereitet. Was passiert, wenn die Seele jetzt in so eine Gefahrensituation kommt, in eine Schocksituation, in eine traumatische Situation? Was passiert, wenn die Seele so ein traumatisches Erlebnis erlebt? Also die Seele in der Regel warnt sie kurz vorher, Achtung, etwas läuft hier total schief, es ist eine große Gefahr vorhanden. Und dann kommt die Körperreaktion, das ist der Schutz, was wir haben, das sind unsere Schutzmechanismen. Also die Körperreaktion ist entweder Angriff oder Fluch, man flüchtet, oder Lähmung, Versteinerung. Man kann sich nicht mehr bewegen, man ist wie gelähmt, wie versteinert, das ist dann die Schockstarre. Da fällt man in den Schock und kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Das sind die drei Möglichkeiten, die nach dem traumatischen Erlebnis oder mit dem traumatischen Erlebnis aufkommen. Das ist davon abhängig, wie dein System ist, wie deine Abwehrkräfte sind, was für Programmierungen du hast, welche Konditionierungen du erlebt hast. Der eine reagiert so, der andere reagiert so. Hier möchte ich zu der Schockstarre noch ein interessantes Beispiel geben, zum Beispiel Menschen, die körperliche Gewalt erlebt haben. Das ist ein traumatisierendes Erlebnis. Und es gibt Menschen, das ist typisch für die Kinder zum Beispiel, wenn Kinder geschlagen werden, dann gehen sie in diese Schockstarre drin. Also das haben wir irgendwo übernommen von den Spirits, zum Beispiel eine Haltung, die uns schützt, die unser Leben schützen kann. Das machen auch viele Tiere, die sich auch totstellen. Warum ist das so? Weil wenn jemand Schläge ausgesetzt ist, diese Schläge können auch lebensgefährlich sein. Man kann jemanden auch mit Schläge töten. Die Seele, das Unterbewusstsein, weist ganz genau, wie man sich schützen kann. Zum Beispiel, wenn die geschlagene Person in der Schockstarre reinkommt, dann wehrt sie sich nicht. Sie kann sich auch nicht mal bewegen. Und dann kommt der Schlag so, in der Regel, dass die Person es verkraften kann, entspricht, dass sie es überleben kann. Weil stell dir vor, jemand greift nach einem, will den zuschlagen. Und in dem Moment, wo der Täter zuschlägt, die Person dreht sich um und dann schlägt er in dem Schläfer zum Beispiel oder an andere lebensgefährliche Stellen. Das kann auch zum Tote führen. Also die Schockstarre, die beim Traumatisieren der Erlebnisse aufkommt, ist manchmal sehr hilfreich. Also dein Unterbewusstsein, deine Seele, dein System entscheidet in dem Moment, wie du reagieren solltest. Und diese Entscheidung ist meistens die beste Entscheidung für dich, für diesen Moment. Weil diese Entscheidung hat das Ziel, verfolgt das Ziel, dass du die Situation überlebst. In was passiert in so einer Situation? In dieser Situation, wo dieses traumatisierende Erlebnis stattfindet, übernimmt das Unterbewusstsein. Die Seele übernehmen die Führung. Es ist ein automatisches Handeln, was da stattfindet. Entweder überhaupt nicht handeln, in der Schockstarre rein oder fliehen oder zurückschlagen. Also deine Seele, dein Unterbewusstsein checkt alle Möglichkeiten ab. Und dann wählt dieses Verhalten, was für dich am besten ist. Und das passiert in so einer kürzesten Zeit. Also das sind Bruchteile von der Sekunde. Also dieses Programm, das ist ein Selbsterhaltungsprogramm, Selbstschutzprogramm. Das arbeitet zu 100% in dieser Situation. Und das wählt die womöglich beste Möglichkeit für dich, für diese Situation. Ich beziehe mich dabei aber auf diese Situation, also auf die erste Situation. Weil ich möchte hier eine Ergänzung geben, wenn so ein Schock, eine Traumatisierung ungeheilt bleibt, nicht bearbeitet wird. Die setze ich dann als Speicherung. Ich komme später dazu. Und das heißt, bei jeder weiteren, zukünftigen, ähnlichen Situation reagierst du immer so, wie du in der ersten Situation reagiert hast. Also diese Lähmung, zum Beispiel, in der ersten Situation war für dich zum Beispiel hilfreich. Aber in der zweiten, in der dritten, in der fünften Situation ist vielleicht nicht mehr so hilfreich. Vielleicht ist das auch eher hinderlich. Aber das hat sich, diese erste Situation ist so tief in deinem Energiesystem gespeichert, als Muster. Und diese Muster wird auch auf andere Situationen übertragen. Und das ist nicht mehr so gut, weil jede Situation ist eigenartig. Und jede Situation, die sind nicht gleich. Also in der einen Situation wäre vielleicht diese Art von Verhalten wichtig. In der anderen Situation wäre auch diese Art von Verhalten wichtig. Das können wir zum Beispiel ersehen. Menschen, die fliehen könnten bei Gefahr, rechtzeitig fliehen könnten. Tun sie es aber nicht und sie bleiben wie versteinerte Nord und Ställe. Und da fragt man sich, wieso rennt ihr nicht weg? Was ist mit dieser Person los? Da ist eine Gefahr. Die muss sich in Sicherheit bringen. Die muss wegrennen. Und die Person steht da wie gelähmt. Wie versteinert. Das ist dieser alte Schock, der aktiviert wird durch diese neue Situation. Obwohl die Person in der neuen Situation rennen müsste, wenn zum Beispiel Erdbeben da ist. Man muss sich in Sicherheit bringen, also wegrennen. Nein, die bleibt da stehen. Das ist die Erklärung. Darum ist auch sehr, sehr wichtig, ein Grund, warum es so wichtig ist, Schocks, traumatisierende Erlebnisse, Traumata aufgearbeitet zu werden. Total wichtig. Es gibt auch andere Gründe. Ich komme jetzt gleich nochmal zu den anderen Gründen. Warum ist es wichtig, Traumata zu heilen, aufzuarbeiten, zu transformieren und dieses Erlebnis endlich mal loszulassen. Was passiert dann, wenn die Seele, die Seele übernimmt die Führung in dieser Situation? Man verhält sich automatisch wie fremdgesteuert. Was passiert dann? Also die Seele, die dieses Erlebnis erlebt hat, ist total belastet. Also ein Anteil von deiner Seele übernimmt diese ganze Belastung. Damit du die Situation besser verkraftest, überlebst, damit du handlungsfähig wirst, spaltet sich dieser Seelenanteil von dir. Also diese von deiner kompletten Seele, dieser Anteil übernimmt die ganze Traumatisierung, die ganze Belastung und geht weg. Spaltet sich von dir. Und der Rest von der Seele steht dir zur Verfügung. Also dieser Anteil, der gespaltet ist, der steht dir nicht mehr zur Verfügung. Der ist irgendwo in deinem Umkreis, im Orbit, in deine Aura, außerhalb der Aura. Irgendwo steht dieser Seelenanteil und es wartet wirklich geheilt zu werden, zurückgeholt zu werden. Dieser Seelenanteil kommt nicht mehr alleine zurück zu dir. Nie und never. Das kann nicht sein. Du musst es finden, heilen, zurückholen und integrieren, dass du wieder in deine volle Kraft kommst. Warum? Weil dieser Seelenanteil, was ist ein Seelenanteil? Seelenanteil ist Lebenskraft. Ein Anteil von der Seele, das ist die Lebenskraft in dir. Also dieser abgesplitterte Seelenanteil, der deine Traumata trägt und belastet ist, das sind Lebensenergie von dir, die einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Weil der Anteil ist belastet, der ist abgesplittert, der ist weg, der ist nicht mehr in deine Seelenenergie drin, sondern der steht außenrum, irgendwo. Das ist ein Schutzmechanismus und in dem traumatisierenden Moment ist das sehr gut, weil das hilft dir, die Situation zu überwinden, zu überstehen, zu funktionieren, zu handeln. Hilft dir das. Bei manchen Traumatisierungen können es so schlimm sein, wenn zum Beispiel das mit Gewalt in Verbindung steht, kann es so schlimm sein, dass die Person in Unmacht fällt. Und irgendwann kommt die Person wieder aus der Unmachtssituation raus. In diesem Moment, wo sie in Unmacht ist, trennt sich dieser Seelenanteil, der ist schon weg. Und die Person wacht auf, ohne diesen Seelenanteil, der sich abgetrennt hat. Ganz wichtig, also wenn jemand sogar in Unmacht gefallen ist, durch ein Erlebnis, ganz wichtig da Seelenheilung zu machen, diesen abgesplitterten Seelenanteil zurückzuholen und wieder in deine Kraft, in deine Lebenskraft zu kommen, in die Einheit zu kommen. Sehr, sehr wichtig. Was passiert dann später? Die Situation ist vorbei, du hast es überstanden, die Gefahr ist weg. Dann kommst du langsam zur Ruhe. Also in dieser Gefahrensituation funktionierst du automatisch. Unterbewusstsein, Seele übernehmen die Führung. Manche wissen gar nicht, was sie machen, die tun es einfach. Ich muss sagen, damit ihr das versteht, also dieser Seelenanteil, der abgesplittert wird, der geht mit der Belastung weg. Restlicher Seelenanteil übernimmt die Führung. Also nicht, dass ihr da irgendwie was falsch versteht. Und dann ist die Gefahrensituation weg. Du kommst zur Ruhe, du gehst nach Hause, kommst du zur Ruhe. Was passiert dann? Ein entscheidender Punkt. Viele Betroffene fühlen sich dann leer. Die fühlen eine Leere in sich. Was bedeutet diese Leere? Diese Leere ist dieser Seelenanteil, der weggegangen ist. Die Person fühlt das aus einer Leere, weil die fühlt, mir fehlt Energie, mir fehlt was. Ich bin nicht vollständig. Das ist die Leere, was man nach einem solchen Erlebnis fühlt. Es passieren aber auch andere Dinge, energetisch, schamanisch gesehen. Dann kommt es zu der Aufarbeitung vor dem Vorfall. Die Person, das Bewusstsein, versucht, das Erlebte aufzuarbeiten. Und das ist eine Falle. Warum? Weil das Bewusstsein ist unser Verstand. Der Verstand will das heilen. Der will die Situation wieder in Ordnung bringen. Also was macht der Verstand? Die Gedanken drehen sich immer wieder um das Erlebte. Die Bilder kommen vor den Augen. Die Gedanken drehen sich im Karussell. Weil die alten Gefühle, also die Gefühle von der Situation, werden neu erlebt. Das ist eine enorme Belastung für die Person. Viele denken ja, wenn ich jetzt zwei, drei, fünf, zehnmal das immer wieder erlebe, lässt die Intensität nach. Das kann sein, dass die Intensität nachlässt. Aber du bist jedes Mal mit diesem traumatischen Erlebnis konfrontiert. Das kostet dir sehr viel Kraft. Das führt zu enormen Kraftverlusten. Also das heißt, die Lebenskraft, die dir geblieben ist, weil ein Anteil ist schon weg, ne? Die restliche Lebenskraft setzt du ein, um diese Traumatisierung immer wieder neu zu erleben. Indem man immer wieder an das denkt, immer wieder die Bilder vor den Augen hat. Das ist auch ein automatisches Verhalten. Also viele wollen das nicht und können es nicht stoppen, weil das immer wieder kommt. Nun halt, das führt nicht dazu, dass du das Trauma dadurch heilst und dich davon befreist, sondern das führt dazu, dass du immer wieder mehr Energie da reinsetzt, immer mehr Energie verlierst und immer wieder das Erlebte neu erlebst. Was dich zusätzlich stresst, das ist enormer Stress für dein ganzes Körpersystem. Es ist ein enormer Stress für die Seele, für Geist, für Verstand und für Körper. Und das kannst du erkennen mit den Symptomen, die ein solches Erlebnis mit sich bringen. Was fühlen, wie geht es den Menschen, die traumatisiert sind, die mit einem Trauma konfrontiert werden. Bei Traumakonfrontation ist genau das gleiche, also man erlebt die Trauma erneut. Das führt zum Herzrasen, hoher Blutdruck, Zittern am Körper, Schwitzen, Schweißausbrüche. Die Angst wird neu erlebt oder sogar die Panik wird neu erlebt. Es kommen Bedrohungsgedanken. Achtung, 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 Lebensgefahr, Lebensgefahr, Lebensgefahr. Also die ganzen Schutzsysteme von deinem Organismus, von deinem Energiesystem, die arbeiten. Die sind Alarmglocken, die leuchten überall und der Körper zieht sich zusammen, zieht sich zusammen und will sich da schützen oder die Situation umgehen. Also eine starke Belastung für dein komplettes Energiesystem. Und diese Belastung zeigt dir sogar dein Körper mit seinen Körpersymptomen. Somit wird das Trauma immer wieder neu erlebt, ohne Endergebnis, ohne Auflösung, ohne Heilung. Also das Gleiche wiederholt sich immer wieder und immer wieder wie eine Spirale, wie der Hamsterrad. Das hat viele negative Auswirkungen, schamanisch gesehen, weil jede Wiederholung von diesem traumatisierenden Erlebnis und ich meine damit nicht neue Traumatisierung, sondern diese Durchkauen von der alten Traumatisierung, die passiert ist vor ein paar Tagen, ein paar Wochen, ein paar Monaten oder ein paar Jahren. Ein Teufelskreis Es gibt Methoden, wie du da rauskommst. Es gibt Methoden. Du musst die richtige Methode finden, was dich da rausbringt. Und wenn du in diesem Teufelskreis gefangen bist, dann kommt diese Verweigerungstaktik. Also sowas mache ich nie mehr, so eine Gefahr setze ich mich nie mehr aus. Das führt zu Ablehnung, innerer Unruhe, Stress, Angst und so weiter. Es gibt Menschen zum Beispiel, die Autounfall erlebt haben und seitdem vermeiden sie das Autofahren. Entweder lassen sie sich fahren, die können gar nicht mehr am Steuer sitzen, oder sie vermeiden Autofahren komplett, weil die Angst so massiv ist, weil die Traumatisierung immer noch aktiv ist. Manche von den Körpersymptomen, manche haben das Gefühl, in Unmacht zu fallen, verlieren permanente Energie und sehr starken Energieabfall. Schwindel kann aufkommen, Schwächezustände können aufkommen, man fühlt sich so wie betrunken. Kann auch sein, also Energieverlust fühlt jeder, der in diese Situation kommt. Manchmal fällt das Sprechen schwer, manchmal kommen Atmungsstörungen, man hat schwer zu atmen oder wenn die Panik groß ist, kann man Hippoventilieren. Zum Beispiel, man kriegt keine Luft und, und, und. Also die Symptomatik ist wirklich sehr, sehr stark. Schlaflose Nächte, Walzen im Bett nachts, weil dieses Erlebnis verfolgt dich in der Nacht, in deine Träume, davon träumen, das Sehen oder Hören, Stimmen in den Ohren haben von dem Erlebten. Das Gefühl, man entwickelt das Gefühl, ständig bedroht zu sein, bedroht zu werden, in seinem Leben bedroht zu sein, das führt zu innerer Unruhe, Nervosität. Vertrauen ist ganz weg, davon reden wir überhaupt nicht. Beim Traumatisierung ist Vertrauen weg, weil die Angst so massiv ist. Man fühlt sich lebensbedroht und man steht unter totaler Druck. Das ist ein enormer Druck für dein komplettes Energiesystem. So, was passiert, wenn man ein Trauma erlebt hat? Zum Beispiel Autofahren, ein Autounfall, sind leider, leider sehr viele Menschen davon betroffen. Und diese Traumatisierung ist nicht aufgearbeitet oder nicht richtig geheilt. Die ist noch irgendwo vorhanden, der Zellenanteil ist nicht zurückgeholt. Was passiert in diesem Fall? Die Person hat sich überwunden, die fährt weiter Auto, am besten Fall sitzt sie selber hinterm Steuer. Jedes Mal sind diese Gedanken im Kopf, hoffentlich passiert kein Unfall. Hoffentlich passiert keine Panik, hoffentlich läuft alles gut. Achtung, Unfall, Gefahr, Achtung, Unfall, Gefahr, Achtung, Unfall, Gefahr ist das Mantra, was sich in deinem Unterbewusstsein, in deinem Kopf abspielt. Auch in deinem Bewusstsein natürlich, weil das denkst du ja auch, ne? So, und dann fährst du los. Schon bevor du losgefahren bist, bist du enorm gestresst. Dein Energiesystem steht unter Stress. Du hast Angst, du hast Sorgen, du hast Stress. Du hast nicht mal Motor gestartet und du bist ja schon voll gestresst. Und jetzt musst du mal 20, 30, 50 Kilometer fahren oder 500 Kilometer fahren. Wie fährst du da? Was machst du? Dieser Stress. Dieser Stress hat angefangen, schon bevor du im Auto eingestiegen bist. Und dieser Stress endet erst, wenn der Motor raus ist, wenn das Auto steht, wenn du an deinem Ziel angekommen bist. Ich habe es überlebt. Die Erleichterung. Du musst aber wieder die ganze Strecke zurückfahren, ne? Beim Rückfahrt genau das Gleiche. Gedanken, Körperreaktion, Angst. Vielleicht betest du, hoffentlich läuft alles gut. Lieber Engel, hilf mir. Unter diesen kompletten Stress fährst du wieder nach Hause zurück. Du parkst vor deiner Haustür. Du atmest aus. Vorbei, ich habe es geschafft. Yay, ich habe es geschafft. Stolz auf dich sein. Du hast einen Grund, stolz zu sein. Hast du tatsächlich geschafft? Alles gut gegangen. Aber, schau mal auf diesen Stress. Dieser Stress, der sich jedes Mal aufbaut, wenn dir eine Fahrt bevorsteht. Ich nehme jetzt Autofahren einfach als ein Beispiel, das funktioniert mit allen anderen Themen und Lebensbereichen. Zum Beispiel Menschen, die starke allergische Reaktionen auf Medikamente oder auf Lebensmittel haben, anaphylaktische Schock erlebt haben. Die haben das Gleiche. Jedes Mal, wenn sie etwas essen müssen, wenn sie etwas trinken müssen, wenn sie eine Tablette nehmen müssen, kommt diese Angst, kommt dieser Stress. Verkrafte ich das? Vertrage ich das? Tut es mir gut? Sterbe ich vielleicht dabei? Überlebe ich? Das ist dieser massive Stress, der schon im Vorfeld stattfindet. Eher länger diese Traumata bei dir bleibt, desto mehr bist du diesem Stress ausgesetzt. Ganz logisch. Darum ist das so wichtig, wenn jemand Traumatisierung in seinem Leben erlebt hat. Es ist sehr wichtig, dass dieser Seelenanteil geheilt wird, dass diese Schockstarre aufgelöst wird, dass die Seele in einem geheilten Zustand, den Seelenanteil meine ich, in einem geheilten Zustand, wieder mit der Seele vereint wird. Dass wieder diese Einheit entsteht, weil das führt dazu, dass die Lebenskraft wieder in dir kommt. Nicht nur, dass Angst und Panik entweder reduziert werden oder komplett beendet werden, dass der Stress nachlässt, dass du mutiger wirst, dass du mehr Vertrauen ins Leben bekommst. All das passiert mit der schamanischen Traumaheilung. Die Seele wird von der Belastung befreit, die wird gereinigt, geheilt und die wird dir übergeben. Und dann breitet sich aus, das nennt man Integration von Seelenanteilen, Persönlichkeitsanteilen, sagen die Psychologen. Die Seele wird integriert, also wieder in dein System reingebracht, an der allgemeinen Seele angebunden und dir stehen diese Kräfte wieder zur Verfügung. Das ist Lebenskraft, was dir fällt. Und das ist so wichtig, weil bei Traumatisierungen, wie gesagt, sind zwei negative Dinge dabei, zwei Dynamiken aus schamanischer Sicht. Erstmal ist die Seelenkraft weg, Lebenskraft weg, weil die ist belastet. Die traumatisiert dich immer wieder bei neuen, ähnlichen Situationen, was die Psychologen als Retraumatisierung bezeichnen. Und die restliche Seele, die noch gesund ist, die leidet so sehr unter der Angst, dass die auf das Trauma fixiert ist. Es findet eine Fixierung auf der Trauma statt. Und das ist wirklich gefährlich, weil wenn du fixiert bist, steckst du deine ganze Kraft auf diese Fixierung. Und da kommt man vom Alleine nicht mehr raus aus Fixierungen. Die Fixierungen müssen wirklich energetisch gelöst werden, aufgearbeitet werden, die Energien müssen gereinigt werden, die Seele muss geheilt werden, damit diese Fixierung beendet wird. Also eine sehr intensive Arbeit, eine energetische Arbeit, die wirklich notwendig ist, damit du wieder deine Kraft für dich zur Verfügung hast. Deine Lebenskraft für dich arbeitet und nicht irgendwo an Fixierungen, Traumatisierungen und sowas verpufft reingesteckt wird. Ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal.